Hallo Leute, herzlich willkommen zum Wochenend-Vlog hier auf AllesAlex. Uh! Ah! Uh! Uh! Ah! Ich habe gerade zu Ritwan im Auto gesagt, ich muss mir das endlich angewöhnen, auch in der Öffentlichkeit ein bisschen zu filmen. Und deine erste Challenge ist, du läufst die Scheiße rein. Wow! Ja, wir sind erst mal wegkaufen. Ein bisschen was zu trinken holen, wir haben nämlich nichts mehr zu Hause. Das ist ja schön, danke für diese Challenge übrigens. Es war mir auch nicht unangenehm irgendwie so. Ich bin auf Mampfe, der Hund will auch was. Ich bin kurz zu meinen Eltern nach Hause. Ja. Bisschen was zu Mampfe abchippen, oder? Ja. Mir fällt gerade so auf, mein Vater ist wie so diese ganzen Baustellen-Arbeiter. Fängt eine Arbeit an. Und hier an irgendwas, da ein bisschen. Und jetzt rennt er irgendwo gerade rum und macht was anderes komplett, gell? Ja. Der würde sich gut in so einem Bauteam machen, muss ich sagen. Das wäre wahrscheinlich auch der richtige Job für ihn. So, Besuch bei den Eltern ist erledigt. Das geht kurz zurück nach Hause. Und dann schauen wir mal, ob der Samstag noch so an Videos bereit hält. Ja, habt ihr alle meine alte Arbeitsstelle erkannt? Ja, wir sind gerade in der guten City, wo ich früher gearbeitet habe. Früher, so als wäre es Jahre her. Aber es gab mal ein Vierteljahr oder so. Ja, da habe ich kurz alten Kollegen besucht. Because another person in my life is gerade beim Frisea. Also, er ist fertig. Findet sich jetzt wieder wunderschön. Ich gucke ein bisschen kritisch drüber, aber... Ich kann das so nicht bestätigen. Bin ich halt, ne? Ich habe nur gesagt, er hat mein Bart sauber hin. Ja, genau. Jetzt mal gucken, was wir noch so anstellen werden an dem Tag, ne? Ja. 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 Ja, da isst du nur so? Warum gibst du dir die Kante? Warum willst du auch kurz? Warum dies? Warum das? Warum bürg keinen Interesse? Und ich denke mir nur, warum wirst du dich einfach die Fresse? Wir waren lecker bei Zubwey. Mamm. Das bin ich für eine Stunde voll gefressen und dann kommt der Kohldampf wieder. Das ist auf jeden Fall ja. Gut, wir lassen uns weiterhin überraschen, was der Tag uns noch so zu bieten hat. Ja, allzu viel hatte der Tag dann gestern auch nicht mehr zu bieten. Oh, ich setze mal die Mütze auf, die Haare sind ja schlimm. Oh je. Ja, ich wollte eigentlich noch irgendwas filmen, aber keine Ahnung. Wir sind dann heimgegangen, ich habe zwei Stunden gepennt, dann einfach nur noch gechillt. Handy, Laptop, Videos geguckt, dies, das. Ja, und jetzt haben wir schon wieder Sonntag. Oh, die Sonne ist weg, merke ich gerade. Also sie ist natürlich da, aber vorher hat sie strahlend geschienen. Ich habe erst überlegt, nimmst du Sonntag auch noch mit? Und dann dachte ich so, ach nö, wir lassen das mal so einen kleinen schlucklichen Vlog und machen am Sonntag vielleicht ein extra. Mal gucken, was heute so geht. Aber in dem Sinne sage ich jetzt wie immer, wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Videos wiedersehen. Bis dahin. Hau da rein. Tschüss. Moine равствуйте. ssen